So, hallo meine Freunde, da bin ich nochmal wieder eben schnell mit einem neuen, oder ja, einem neuen Video kann man gar nicht sagen, ein kleines neues Ausschnittsvideo, hätte ich bald gesagt, von unserem neuen Minecraft Online Server. Und zwar möchte ich euch einmal zeigen, was es so Neues gibt hier bei uns. Und zwar haben wir, bzw. hat Christian seine Frau, die Sonja, hier fleißig gebaut. Wie ihr seht, haben wir hier einen Zaubertisch, ja, wo wir Sachen verzaubern können. Dann haben wir hier einen Amboss jetzt, wo wir uns Schwerter zusammen klöppeln können, damit sie besser werden. Wir haben hier einen Braustand, wo wir uns Zaubertränke machen können. Dann haben wir jetzt neu hier, das funktioniert nicht, ein, ähm, ein, 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 genau, vergessen, ein, ähm, ein, ein Tank, oder wie sich das nennt, zum, äh, Einfärben von Sachen, zum Beispiel. Hier haben wir schon ein paar Tränke drin, Glasflaschen, ja, Fermentitis, Spinnenauge, Nesserwarze, was wir brauchen, um hier, äh, ähm, Tränke herzustellen, zum Beispiel Wurftrank, äh, Schwäche. Das ist hier in diesem Zimmer neu, dann, ja, hier seht ihr schon durchs Fenster, was draußen Sache ist. Dazu kommen wir gleich. So, wir gehen einmal nach oben hin. Und hier sehen wir, fangen wir einmal hier an, hier oben, wie gehabt, äh, unseren Leuchtturm, damit wir vom Weiten, auch im Dunkeln sehen, wo unser Camp ist. So, dann drehen wir uns einmal eben um und sehen hier, wir haben hier eine neue Sitzgelegenheit. Und zwar haben wir hier zwei Glastische, hier und hier, und schöne Eichensitzbänke aus, ähm, Sitzbänke aus Eichenholz. Das hat meine Tochter heute gebaut, die war hier etwas beschäftigt gewesen, jetzt dieses Wochenende, wo sie bei uns war. Die Große hat hier am PC gespielt bei Minecraft, die Kleine hat auf der Playstation gespielt, hat da auch jede Menge gebaut. Ein Heißluftballon und Terrassen am Haus und Swimmingpool und, ach, die hat auch so viele Sachen hier gebaut. Das kann ich euch aber nicht zeigen, weil, wie gesagt, das ist auf der Playstation und dann müsste ich erst mit der Elgato aufnehmen. Ähm, des Weiteren haben wir hier jetzt neu, das war ja vorher unsere normale Terrasse, haben wir jetzt hier auf unserer Terrasse hier einen kleinen Pool, den wir nutzen können. Ist jetzt neu, hier ein kleiner Pool mit Glasboden, wo wir bis nach unten gucken können. Und der Holzzaun, der vorher hier stand, steht jetzt auf der neuen Glaswand, damit auch hier keiner runterfallen kann. So, das war das hier oben gewesen. Dann gehen wir jetzt einmal nach unten. Genau, hier unten muss ich noch sagen, jetzt sieht es jetzt mittlerweile wieder aus, so wie immer, aber wir hatten auf unserem Server Besuch gehabt von Leuten, die nicht zu uns gehört haben. Und die haben uns hier mal systematisch alles voll TNT gepackt. Und als ich heute Morgen, ähm, das erste Mal wieder das Haus betreten wollte, kommst du rein und hier war wirklich alles voll TNT. Kommt man rein und es explodiert nur noch alles und das halbe Haus ist weggesprengt und man muss alles neu machen. Ähm, ja, ich habe alles wieder aufgebaut, so wie es war und das ist sehr ärgerlich. Genau das gleiche war hier unten. Wenn wir hier einmal runter gehen, ja, sieht man, hier ist noch ein Loch von auch einer Sprengung. Hier habe ich mit Granit hier zugebaut. Und zwar hatten wir, wenn man hier zu unserem Angelteich geht, sieht man, dass hier ist kein Glas mehr drin, sondern ein Granit. Vorher war das Glas gewesen, haben die hier auch, äh, TNT hingepackt mit irgendwie, wie auch immer die das gemacht haben, mit einer Selbstauslöserfunktion hier außen. Und ich war draußen, habe Sand abgebaut, habe den Auslöser getroffen und habe mal direkt hier diese ganze Ecke weggesprengt. Ähm, ja, auch alles neu gemacht, wieder repariert und zugemacht. Das ist sehr ärgerlich, wenn Leute auf den Online-Servern kommen von anderen, also von uns jetzt in diesem Fall und, äh, sabotieren hier so die ganzen Sachen, dass man wirklich alles kaputt hat hier. So, dann fangen wir hier einmal an. Ich muss mal eben gucken. Und zwar muss ich hier mal eben was hinmachen, damit wir da hochkommen. So, hier in die Treppe hoch. Wir haben hier eine automatische Hühnchenbrüterei. Ja, wir sehen, hier oben sitzen die Hühnchen drin. Und sind fleißig am Eier legen. Hoppala. Zwei Stück zu weit. Ja, so, auf alle Fälle sind da die Hühnchen am Eier legen. Jetzt mache ich hier mal eben eine Stufe hin, dann können wir hier hoch. So. Dann schauen wir jetzt. So, da sind die Hühnchen, legen Eier. Die Eier fallen durch diesen Trichter hier unten rein. sitzen dann da drin, in der Brugmaschine, hätte ich jetzt bald gesagt, dort, in dem Werfer. Und hier daneben haben wir Lava. Und dadurch werden die irgendwie, wie das genau funktioniert, kann ich nicht sagen, ähm, werden die Eier hier rüber geleitet. Da ist Lava drin. Und unter der Lava befindet sich wieder ein Trichter mit einem, mit einer Truhe. Wo, wenn man an die Truhe jetzt dran geht und in die Truhe guckt, Inventar, nein, wieso funktioniert das nicht? So, jetzt Truhe. Haben wir hier Federn drin und gebratenes Hühnchen. Und irgendwie brät das Ding alleine. Wie gesagt, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es funktioniert und ist auf alle Fälle eine coole Sache. So, weitere Erneuerungen machen wir einmal hier. Wir haben neue Laternen. Schöne Laternen, damit wir Licht haben. Des Weiteren hat Sonja fleißig gebaut hier ein Nether-Portal. Wieder mal, damit wir in die Unterwelt gelangen können. So, hier hinten sehe ich gerade, ist ein Skelett. Hat sich hier wo irgendwie hin verirrt. Muss jetzt mal eben dran glauben, der Kollege. Wer zu uns kommt, muss damit rechnen, dass er stirbt. So, dann sind wir hier hinten schon in der Ecke. Kann ich noch mal eben weiter... Wo kommen die denn alle her? Scheiße. So, mal gucken, dass wir den Creeper hier erledigen können, ohne dass er sich wegsprengt nach Möglichkeit. So, jetzt können wir hier hinten weitermachen. So, das sieht man hier unter der Tür hier den Granitstein. Hier waren die so schlau gewesen und haben hier ein tiefes Loch gebuddelt und unten netterweise Lava reingemacht. Das heißt, wenn wir oder ich wollte zur Tür rausgehen und dann ging es auf einmal nur abwärts nach unten. Du standst unten in einem, was weiß ich, wie tiefen Loch und bist verbrannt, weil du nichts mehr machen konntest. Oh, ein Enderman. So, hier ist neu. Unser Hundehotel. Habe ich gemacht. Kann man reingehen, macht man das Tür zu. So, da ist das Schild. Hundehotel. Schön, ein Auslaufzwinger mit Überdachung für unsere Hunde, damit sie nicht im trockenen oder im nassen stehen, wenn es regnet. Ja, hier unsere Kühe und unsere Schweine. Da Enderman. So. Das ist das Neues, was hier neu ist. Wir gehen einmal hier außen rum. Und gehen jetzt einmal hier hin. Hier ist unser Garten. Oder war vorher auch schon unser Garten. Vorher ein offener Bereich gewesen. Wie ihr jetzt sehen könnt, alles abgeriegelt mit hohen Mauern ringsherum. Und hier sind unsere Saatflächen. Kürbisse haben wir auch. Und ja, das wird das neue Areal von uns werden, wo wir unseren Garten anlegen können oder anlegen werden. Sag ich mal so, ja. Das Loch wird, das hier wird dann eingeebnet und wird dann verfüllt. Äh, ich guck mal, hab ich eine Schippe bei. Nein, hab ich nicht. So, dann mach ich das mal eben mit dem Schwert. Hier ist egal. So, mal eben zeigen, wie wir das vorhaben. Und zwar werden wir dann hier diese ganze Fläche abräumen. abräumen, dass wir hier eine ebene Fläche bekommen. So, so. So wie hier wird das dann überall passieren. Und dann werden wir, so wie hier, die ganzen Felder hier füllen mit Erde. damit wir eine ebenerdige Fläche bekommen, wo wir ordentlich was drauf bewirtschaften können. So, jetzt haben wir keine, keine Erde mehr. Das heißt, wir machen das Loch mal eben voll. Und ich werde dann hier, deswegen mal eben die Erde hier abbauen noch. So, so, wie gesagt, das wird hier, werden wir hier mitmachen, dass wir hier eine ebenerdige Fläche bekommen. Und dann geht das so, zack, zack. Wird hier alles gefüllt, so wie jetzt hier. Und dann haben wir eine schöne ebenerdige Fläche. Hier haben wir Eisenoxid, äh, Eisen, ah, Erz. Sehe ich jetzt gerade, ja. So, und dann kann man hier schön die ganzen Löcher damit schließen. Und dann kann man sich hier eine schöne Fläche erwirtschaften, wo man etwas bauen kann. Oder anbauen kann, viel mehr. So, wir gehen hier einmal wieder rein. Schließen die Tür. Bzw. die Tür schließt sich von alleine. Ja. Und im Großen und Ganzen war es das jetzt auch schon wieder. Mit den Erneuerungen hier bei uns, wie ihr sehen könnt. Wir machen einmal auch Spaß an der Freude. Ich war noch nie im PC in der anderen Welt gewesen. Bis jetzt immer nur über, oha, über dem, über die Playstation. Und wir kommen und haben direkt hier ein Schweine, Schweinedingsbumsmann, Zombie. Ich sehe eins direkt schon mal. Es sieht hier wirklich schon mal komplett anders aus als auf der Playstation. Auf der Playstation sind wir in einem langen Gang gespawnt. So, hier sehen wir mal, ja, es sieht aus wie in der Hölle, würde ich jetzt bald sagen. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Ich habe wirklich keine Ahnung. Hier hinten ist ein Schweinebauer-Zombie. Zombie-Schweine-Dingsbums. Wir gucken mal, was er fallen lässt. Wahrscheinlich verrottetes Fleisch. Oder auch nichts. Nichts ist nicht viel. Was ist das hier? Hier brennt's. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch irgendwie was am Rum... am Rumgrunzen. Feuer. Da unten ist wieder unser Nether-Portal. Aber wieso ist unser Nether-Portal in Lava? Ach, ich weiß. Das hat Sonja mit Sicherheit, mit Absicht so angelegt. Und zwar, damit wir, oder damit hier, durch dieses Portal, natürlich funktioniert es auch andersrum. Wir können hier in die Nether-Welt, in die Nether-Welt damit. Und natürlich funktioniert es auch andersrum, dass die Bewohner der Nether-Welt damit sich zu uns teleportieren können. Das ist das, was wir bei der Playstation öfter hatten. Wenn auf einmal diese Schweine-Zombies bei uns im Garten stehen. So, guck mal, hier geht's runter. Und hier sieht's jetzt so aus, wie da, wo wir mit der Playstation schon waren. Und zwar diese langen Gänge, wo man eigentlich, ja, nicht viel sieht oder nicht viel findet. Gucken wir mal hier, die Truhe ist leer. Ja, das heißt, hier war Sonja anscheinend schon und hat hier schon die Truhe leer geräumt, die hier gerade gewesen ist. Ich schau mal, da ist noch eine Truhe. Schauen mal, ist da was drin? Die ist auch leer geräumt. Da ist noch eine Truhe. Die ist auch leer geräumt. Ja, also hier unten sieht's doch sehr abgegrast aus. Hätte ich hier, würde ich jetzt mal eben so sagen, ja. Hier ist nichts weiter. Wir schauen einmal, hier geht's nicht weiter. Da ist Sackgasse. So, dann gehen wir einmal hier zurück und biegen hier ab. Schauen hier einmal, was hier sich so befindet. Ähm, nix. Ich glaub, von hier sind wir gekommen, ne? Stimmt das? Sind wir von hier gekommen? Nein, doch. Ja, doch. Doch, doch, von hier sind wir gekommen. Dann schauen wir einmal weiter, ob wir hier unten vielleicht nicht noch oder vielleicht doch etwas finden. Hier geht's nichts weiter. Hier ist eine Truhe, die ist auch leer. So, dann schauen wir hier einmal rum. Mal schauen hier mal rechts. Was haben wir hier? Oh, ein Skillet. Oh, und tot. Ja, so, das wäre ihr Preis gewesen. Jetzt stehen wir wieder oben im Schlafzimmer, wo wir auch gestartet sind. Mit einem schönen Ausblick auf unsere Hühnchenbraterei und unserer Schweinezucht und Kuhzucht und hinten unseren neuen Hundezwinger oder Hundehütte. Und ja, das war eigentlich auch schon einmal eben schnell die Führung durch unsere neue Behausung. Also, ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Jetzt nicht besonders viel, wo wir weitergebaut haben oder weitergebaut wurde. Aber so nach und nach tut es sich doch ein bisschen. Und damit ihr auf den Laufenden bleibt, habe ich mir gedacht, mache ich mal eben dieses kurze Video, um euch zu zeigen, was einfach so passiert ist in letzter Zeit. Ich habe auch nicht wirklich viel Zeit im Moment, da ich selber immer oder viel am Arbeiten bin, auch lange. Hier können wir noch einmal gucken. So sieht es von unten aus. Unser neuer Swimmingpool. Und ja, da unten ist unser Angelteich. Da sieht man das Dach, das Holzdach. Und auf alle Fälle wird es bestimmt demnächst nochmal wieder Minecraft Let's Plays geben. Streams, hätte ich jetzt bald gesagt. Das Streams geht ja leider nicht. Ich muss mal gucken, vielleicht können wir mal einen Livestream machen über die Playstation. Vielleicht funktioniert das, wenn ich nicht über die Elgato und über den PC streame. Vielleicht reicht es dann wieder in Verbindung, wenn wir direkt über die Playstation streamen. Und ich denke, das würde ich auf alle Fälle nochmal ausprobieren. So, ich mache mal eben die Verbindung trennen hier. Spiel beenden. Und würde sagen, ja, das waren die kurzen, schnellen Einblicke von unserem neuen oder erweiterten Bauwerk bei Minecraft. Wie gesagt, die Sauna und der Swimmingpool, beziehungsweise das Bad, wie es auch auf der Playstation ist. Wie ihr kennt, wenn ihr die Videos von der PS4 kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Kommt definitiv noch, auch auf dem PC werden wir noch bauen. Die Frage ist nur, wann werden wir das zeitlich schaffen. Da ich gerne, wenn ich die Streams aufnehme, dann Sonja und Christian mit dabei haben möchte. Damit wir da eben zusammenbauen können mit denen, die auch wirklich da zusammenspielen in dieser Welt. Und ja, ist halt einfach schöner. Auf alle Fälle bedanke ich mich jetzt für euch fürs Zuschauen. Hier bei dieser kleinen neuen Erweiterungsführung bei unserer Minecraft-Welt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch auf alle Fälle ein Like da. Die neuen, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr, wenn ich was Neues hochlade von Minecraft oder sonstige Spiele, die ich noch im Programm habe. Die Spiele werden auch immer erweitert. Es kommen immer mehr neue Spiele dabei. Und ja, aktiviert die Glocke, lasst mir ein Abo da. Oder andersrum, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr einfach nichts mehr verpasst, was passiert hier bei uns oder bei mir auf dem Channel. Und ich wünsche euch jetzt noch einen recht angenehmen Resttag. Und würde ich sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.